Hallo, mein Name ist Robert Scholderer und ich möchte Ihnen heute das Produkt Service Ready vorstellen. Das Produkt Service Ready hilft, dass man zu einem Service-Katalog kommt. Im Unternehmen gibt es bestehende Service-Beschreibungen und die müssen jetzt verdichtet werden mittels eines Service-Schnitts und hier kommt das Produkt Service Ready zum Einsatz. Natürlich geht es nach dem Service-Schnitt noch weiter, geht noch um das Thema Katalog und auch wenn man das Ganze in Tools überführen kann. Uns interessiert jetzt erstmal das Service Ready in diesem Zusammenhang. Das Vorgehen. Zuerst wird das Service-Verständnis gesprochen, der Ist-Stand erhoben, die Vision fokussiert und festgelegt und dann entsteht ein erster Entwurf des Service-Designs. Die Ergebnisse von Service Ready sind der Service-Schnitt. Wie man hier links sieht, werden die einzelnen Services in ihrer Struktur aufgezeigt und eingeordnet und es entsteht auch eine klare Struktur, wie ein Service-Katalog auszusehen hat. Rechts oben sieht man, wie jetzt die Services tatsächlich verdichtet wurden und hier unten sieht man, wie ein Verdichtungsgrad auch tatsächlich errechnet werden kann, um eine höhere Wartbarkeit der Services zu erhalten. Werfen Sie doch auch nochmal einen Blick auf das Produkt im Internet. Hier unten ist der Link nochmal aufgezeigt. Sollten Sie Fragen haben, wir nehmen uns gerne für Sie Zeit.